Ich bin bei 162 56 590 Ja, ich weiß Jetzt gehe ich aber mal kino kohlen So, Richtung... Was war es? 143? Hier einfach 190 bis 200 ungefähr Also eigentlich 190 und 430 bis 25 Ah, da bin ich wieder Ja, Essen Machst du was essen oder was? Nö, du störst direkt So, äh... Nein, man hat Spaß Ähm, ja A83 190 und 135 190, 135 Also als... Plus, als Plus Moment, ich muss jetzt in die Richtung Ich bin schön in die falsche Richtung gelaufen Nice, Leo Also, von der X-Koordinate wird zwar herrichtig, aber die Z-Koordinate haut dann nicht mehr hin Ne, 500... Ah, ich seh euch, seh ich Ich seh... Ich seh euch Alter Ja Kommt da angelaufen Bin schon da Nice Oh cool, das Holz, ich finde das Holz so geil Ah, das ist schwarzeichen jetzt Ja, oder? Oh, schick Ja, wir haben ja noch nicht viel geschafft, wir mussten Oh, scheiße Warte Warte Richtig Na, wo? Na, ok Ja, ich wollte das gleich reinbauen, wenn die... Alter, habt ihr schon viel Zeug Warte, ich war ein sauer Zeug, wo habt ihr den? Godfuck, was ist denn das? Was denn? Ach, ein Lapislazli Block Schnee Jetzt braucht ihr so viel Schnee Tsssss Das muss man ausbauen Alles klar Ja, ich wollte eigentlich nur noch überhaupt... Ich hätte den Paulus jetzt gleich reinbauen, wir mussten noch überhaupt bis drei Bruchsteine fertig sind, ja dann Brauchst du Kohle? Pfff, weil du welche übrig hast immer Ich hab zweieinhalb Stacks dabei Ich... Und sonst... Wie viel willst du denn denn an den Bären? Na, ein Stack für... Zwei Dias, drei Dias, so? Ja, aber drei Ja, aber halt erstmal... Ich kann mir schon selber Kohle sammeln Jut Ah, da ist der Spawn Bob Spawn finde ich, glaube, wieder zu mir Einfach dann geradeaus laufen Das ist ganz... Ich bin, glaube, entgegen der Höhle gelaufen Ganz schnell Die du gebaut So Kali, muss ich mir den Weg mal merken Das ist einfach nur geradeaus Nicht über den Berg, einfach geradeaus laufen Hier lang? Du siehst dann eigentlich schon deine Treppe Ah, ich sehe nur verbrennende Zombies Hm Ah ja, da ist er ja Ist da jetzt reiner viel Alles klar Was ist eigentlich bei Eric los? Ich weiß auch nicht Ich... Keine Ahnung Keeper Mua Oh, lol Oh, ich bin so scheiße müde, alter Oh, Eric Oh Hast du einen langen Tag gehabt, ne? Ja, sechs Stunden richtig lang Richtig Hm So Wollen wir mal hier bald weiter bauen Und mein Ernstes ist das hier unterbogen Ich freu mich schon über den Flippt ahí jetzt oh ja das wird auch nice oh ich kann mir jetzt eine Rüstung komplett machen ich freue ihn noch ich glaube Füße ne oder? ja Füße haha was ist denn mit Nico? der ist auch was wie weggegangen der ist auch was essen alle gehen weg weil sie essen wollen wie lange hast du jetzt noch eine Aufnahme? ja wie jetzt? ihr nehmt doch noch auf oder? ja ja und wie lange noch? äh über eine halbe Stunde 35 Minuten noch mindestens ach du Scheiße Alter du machst schön mit ja na natürlich ich stelle mich bloß nicht in die Ecke und spiele im Hintergrund Counter Strike machst du nicht mehr Psy? äh was oh nein mach ich nicht doch nicht hast du gerade noch nicht gesagt? nein ich habe gesagt ich doch nicht oh nice ich habe im Ladebildschirm 12 FPS ich meine äh äh ich schaue mir gerade mein Glas an und äh oh Johannes nicht so ins Mikrofon pusten ja sorry ich musste gerade tief ausatmen aber jetzt hat er sich offen eingestellt Erik ich habe es aber noch gesehen ich auch ich habe es aber noch gesehen ich habe es aber noch gesehen ich habe es aber noch gesehen ihr wisst von gar nichts doch oh sorry Zuschauer kurz mal ein schwarzer Bildschirm aber egal jetzt geht es ja weiter auf 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 oh man hierhin kann ich noch weitermachen hm hm hmm hm 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 hei Okay, ich hab nicht mehr so viele Pickaxe, aber egal Oh, Gold! Hab ich auch schon meist ein bisschen was gefunden Ich glaub die haben im Update die Glocke genervt Die ist voll unpräzise geworden Erik Alter Ey, was denn? Ey, was ist denn? Minecraft oder CS? Wir machen vielleicht etwas anderes, Erik Ey, ich spiel doch Minecraft Nein, du stehst auf dem Server noch an Ich hab bloß ein anderes Texture Pack und da ist das alles anders benannt In Wirklichkeit ist das ne Schaufel Ach Erik Was machst du denn? Such die einfach nur Wir können nur einen anrund spielen Ja, bloß Will doch eh keiner sehen, wenn ich keinen Bock gerade habe Willst du nicht irgendwas schaffen auf dem Server oder hast du einfach überhaupt keinen Bock? Gerade keinen Bock Na ja, wenn ich jetzt die ganze Zeit in der Ecke stehe und nichts mache Erich Erich, Erich, Erich Na ja, zu schauen, wir müssen leider abbauen Aber Oh, das nervt echt Ich muss auch grad schon wieder bei meinem provisorischen Pool hier Alles nochmal 3x und 5x und alles nochmal Oh Mann Erich 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 Ich habe keine Lust habe, mir ne Schaufel zu bauen Oh, interessant In die Höhle Erich Hast du mir zugehört? Ja ja, aber dann habe ich die Höhle entdeckt Aber hier ist nur Redstone Naja, ich muss hier Ich will hier so einen Pool drum herum bauen Und Ich habe den gerade zu klein gebaut Jetzt kann ich den Vorher hatte ich ihn gebaut So wenn der größte wie ich ihn wollte Dacht aber das wäre zu groß Wieder zu klein wieder zusammengebaut Jetzt kann ich die Scheiße wieder abbauen Ach, das war dieser Wassergraben da Ja, der war aber viel zu klein Als ich noch da war Also da warst Achso Alles klar Wow 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 Scheiße Ich verliere echt den Ich verliere echt den Überblick hier unten Alles klar Hier gehts raus Also das muss schwierig werden Ne Bei mir unten im Stripmine Achso Ahja, das lässt genau auch schwierig werden Ja Ich denke das dürfte eine gute Höhe ist Ja Ja Oh, ist hier schon wieder nachts Muss man schauen ob ich weit genug Wolle Wolle haben für ein Bett Dann könnte ich mich jetzt bringen Also ich habe schon ein Bett Also ich habe schon ein Bett Haben zwei Wolle Ich könnte schon so schnell wie zu holen Brust aber drei Wolle Es wird gleich Ich habe schon noch ein Bett